Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns Peer und Ragisch. Wenn ich von uns rede, meine ich mich, Benjamin und mich, Richie. Wir sind wieder am Start mit dem letzten Spieltag, TPS Season 2, vor den Playoffs. Genau, wir sind Gott sei Dank schon sicher qualifiziert, kämpfe um den ersten Platz im Fernduell mit Hexbefeet. Können aber noch 100 Troppen sogar auf Platz 3 oder 4, wenn wir 6-0 verlieren. Das ist dann milde ausgedrückt ja auch egal. Die kriegen ja das gleiche. Ja, ne, hast recht. Genau, es kommt nicht nur auf die Punktanzahl drauf an, sondern auch auf die Differenz, weil wir sind wenige Punkte auseinander nur. Das heißt, mit einem hohen Sieg haben wir realistische Chancen, Erster zu werden. Spoiler, darauf ist unser Team ausgelegt. Genau. Und da kommen wir doch gleich mal geschwind zum Team. So. Ah, jetzt hat's geladen. Hat geladen. Willst du gleich? Ja, gerne, gerne. Okay, ähm, Arkani. Haben wir mit, also ihr werdet einen kommen, eine Gemeinsamkeit zwischen allen Pokémon, äh, sehend. Aber jetzt erstmal. Haben wir Arkani mit den Plateauschuhen, weil Stefflox einfach nerven könnten und Arkani dann einfach reinkommen kann, ohne sich Sorgen zu machen. Ähm, okay, die Übertragung war kurz aus, aber jetzt ist sie wieder da. Äh, 252, äh, AKP und Verteidigung. Einfach full für Steff, äh, um zum Beispiel Charizard Mega X tanken zu können oder Mimikyu, nachdem sie von Betroger auf minus 1 gebracht wurden. Also wie ihr sehen könnt, selbst wenn, äh, das Charizard Erdbeben dabei hat, was es wahrscheinlich hat, äh, ist es, äh, kein ToolKO. Und, äh, Mimikyu macht uns sowieso dann gar keinen Schaden. Wir haben den Brüller, falls irgendjemand der Meinung ist, er sollte sich hinter einem Sub verstecken oder sich aufsetzen wollen und, äh, Brandsand, um halt Charizard zu treffen. That's it. Mhm. Dann, ähm, die Gegner haben ein sehr physisch-offensives Team. Sauora, Glurak, Mimikma, Kaifel, Vashakwil, Golgantis. Fast alles, was offensiv ist, ist physisch. Genau, deswegen, nächstes Mon von uns wieder für Steff, unser Tandrak. Ähm, könnte unser Matchwinner werden, weil die Giftspitzen sind saugut. Vieles wird davon getroffen. Alles kriegt dann 12% Schaden. Vieles kann sich nicht gut hochheilen. Und, genau, Drachenrute, wie bei Arkani, um die Gegner durcheinander zu wirbeln, Setup zu verhindern. Schlammbomb betrifft alles außer Armigento. Und Schutzschild zum Stallen. Für Steff soll gut sein, gegen die habe ich gehört. Mhm, richtig. Dann haben wir für Steff, Werde das gedacht, Skaluk, mit dem Evioliten und Partikelschutz. Der Partikelschutz ist einfach dafür, damit die Code-Omi uns nicht nerven kann mit Schlafpuder oder Stachelspore. Ähm, dann haben wir den Schmarotzer, einfach weil, Werde das gedacht, das geht, was er physisch ist. Dann Abschlag, um Items wegzuhauen. Taunt, um Setup zu verhindern und Ruheort. Ja. Wir haben tatsächlich Angst vor Golgantis. Deswegen Skaluk. Genau. Dann haben wir physisch defensives Humanolith, weil bei all unseren physisch defensiven Mons Vashakwil noch am meisten anrichtet. Das ist eins. Hier ist es wieder. Siehst du, das habe ich nicht bemerkt. Das ist schon wieder das Sharpedo. Humanolith. Oh lol. Okay, ähm, überseht einfach die Statuswerte. Die sind ziemlich daneben. Ich habe mich gewundert, wo das war. Ja, okay. Das war Humanolith, der Übeltäter. Genau, Rostlbeere, um Close Combat von Vashakwil tanken zu können. Ähm, Felswurf tatsächlich, um Subs zu brechen und Schaden zu machen. Äh, ja, Brandstempel und Bodypress noch. Und Tarnsteine, weil Tarnsteine wirklich gut sind. Wir machen damit nichts gegen Apokalyp, aber dafür haben wir das nächste Mann am Start. Genau. Und zwar haben wir da Mega-Turhaido und der sieht schon wieder richtig gut aus gegen die. Hat die gleichen Statuswerte wie Humanolith. Ja, krass, ey, ja. Auf jeden Fall. Ähm, diesmal aber nicht für Stiff, ich muss euch enttäuschen, sondern das ist unser Cleaner, unser Sweeper. Ähm, full, ähm, ja, full Attack, full Speed. Damit, ähm, sogar mit einem frohen Wesen, weil, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber Sarude hat auch 105. Und, äh, wir wollen deshalb gegebenenfalls uns bieten können. Und, falls die Edelman spielen, was sie wahrscheinlich tun werden. Und dann, äh, haben wir uns dazu entschieden, einfach, äh, nicht dazu entschieden, aber hier, die Kikes sprechen für sich. Crunch macht One-Hit-KO auf Jellicent, wenn's Full-Fistive ist. Also, richtig nice. Ja. Achso, und Eis-Zahn noch, Eis-Zahn noch, genau, Eis-Zahn noch, äh, ist für, äh, für Kotomi und sowas, äh, und der Tool-Ker auch Full-Fistive Kotomi. Genau. Dann, nicht für Steff, sondern offensiv tatsächlich unser Donarion. Dennoch mit den Überresten. Genau, der tankt auch von Apokvalyp und Kotomi und Keifel, eigentlich alles. Aber dealt selber sehr guten Schaden mit Donnerblitz, Käfergeprom, Energieball. Äh, Glurath nimmt das recht gut, aber mit Glück liegen Tarnsteine und dann ist das auch kein Switch-In. Vor allem, wenn er nicht gemegert ist. Ja, ähm, genau. Ja, das war das Team und dann sehen wir uns gleich im Kampf. Genau, dann sehen wir uns im Kampf. Bis gleich. So, da sind wir auch im Kampf gegen Trouble in Tangela Town. Und dieses Mal hoffe ich, dass Richie ein wenig lauter ist. Sag doch mal Hallo zu denen. Hallo. Ja, wir haben einige jetzt hin und her getestet. Das ging ewig nicht. Ich hoffe, jetzt geht's. Genau. Und, ähm, ja, wie wir sehen können, bevor wir jetzt hier auf Los starten, äh, auf das Replay starten, ähm, haben die Gegner, äh, hier Apokvalyp, Vashakvil, Zeraora, Potrot oder auch Gottrot, Mimikyu und, äh, Armigento Stahl mitgenommen. Was also fehlt, überraschenderweise ist, äh, sowohl Glurak, äh, X, was ja eine große Bedrohung darstellte, aber auch Sarude. Was mich gewundert hat, weil Sarude ja, äh, ich als Scarfer gesehen hatte für Tohido. Aber anscheinend hatten sie andere Ideen. Genau, dann würde ich sagen, starte jetzt einfach mal. Ähm, Lead, äh, äh, hatten wir gesagt, und wir leaden mit, äh, Gossenpferdchen, oder? Genau, mit Gossenpferdchen, ähm, einfach, da wir dann der Meinung waren, dass wir, wenn's Potrot ist, die Toxic Spikes rausbekommen können, und ansonsten einfach rauswitchen, oder, beziehungsweise, äh, bei sowas wie Apokalypt kann's ja auch nicht viel machen. Genau, aber wir haben sowieso ziemlich hart mit Potrot gerechnet, und dann haben wir halt geguckt, so, was ist gut gegen Potrot, und es war nichts perfekt gegen Potrot, aber Potrot kann das Handwerk wenigstens nicht Toxic. Ja, so, dann starten wir auf das, und, wie erwartet, Potrot. Und wird noch auf Slow stellen. Achso, ja, klar, gemacht. Und enteilt uns das Video. Genau, wir tauschen hier einfach Auslegwaren und phasen das Potrot raus, und natürlich kommt der einzige rein, der nicht vergiftet wird. Ja. Außer neben Vashagwir. Wow. Hier sehen wir mal wieder, dass Akani Fistiv echt gut ist. Aber sie haben Surf, und das macht mehr Schaden als gedacht. Also, 42%, wir haben geguckt, das war eine Mid-Roll. Tatsächlich wäre zu einer ganz geringen Chance jetzt 46% drin, und dann wären wir jetzt tot. Also, wenn sie eine Highroll kriegen, tötet der nächste Surfer. Und, äh, jetzt waren wir halt natürlich so ein bisschen am Grübeln. Macht es Sinn, vielleicht rauszuwechseln den Tantrak. Aber dann können sie ja wieder auf Multitec gehen, und wir wollten dann, wir haben gesagt, okay, die Chance, die ist so gering. Deswegen, wir gehen die Roll ein. Wir haben erstmal Flammenwurf getrickt, was guten Schaden macht. Und, leben zum Glück mit 4%, 2%, ja. Genau, und. Und können uns immer ein bisschen mehr hochheilen, als die Schaden machen. Ja, aber leider nicht viel, und ein Crit würde den Tod bedeuten. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, nö, Flamethrower muss jetzt das Team rausnehmen, bevor wir gekrittet werden. Und dann kommt Seraora rein. Und wir sehen, es ist schonmal kein Heavy Duty Boots oder so. Wird gepoisoned. Und, ähm, ja, ich glaub das ist ein No-Brainer, oder? Wo wir da jetzt reingehen. Entweder Donarion oder Tantrak, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, okay, ich weiß jetzt noch, das war Tantrak. Und, genau, der soll ja alles tanken. Und dann sehen wir, dass sie Special Seraora sind, und der Schaden musste Specs sein. Hm. Genau, Vashagwil kommt rein. Vashagwil wissen wir auch noch gar nichts. Es könnte ein Sub-Set sein, es könnte ein Bulg-Up-Set sein, es könnte ein Bandit-Set sein, es könnte ein Scarf sein, wir wissen gar nichts. Ähm, und deswegen entscheiden wir uns auch dafür Informationen zu sammeln, indem wir einfach protecten. Was im Nachhinein irgendwie ziemlich riskant war, aber... Ja. Warum? Erklär gerne kurz. Achso, ähm, weil, hätten ja auch Bulg-Up oder Sub drücken können. Genau. Allerdings wissen sie noch nicht unser Set, weil sie uns nur speziell angegriffen haben. Also wir könnten auch voll offensiv sein und dann würde Draco wahrscheinlich killen. Ja. So. Ja, also wir sehen, sie drücken auf Playboard, deswegen gehen wir in unseren Vashagwil-Switch-In rein. Aber sie drücken auf Bulg-Up. Und dann kommt der Bulg-Up, was nicht gut ist. Was überhaupt nicht gut ist, ja. Close Combat tanken wir. Hätten wir auch so getankt, tatsächlich. Ja. Aber... Und hier war es ärgerlich, dass wir nicht die Steinkante gehabt hatten, weil die hätte, glaube ich, gekillt. Ja, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit zumindest. 97-114% oder so. Achso. Und unser Wug-Plus trifft natürlich nur zweimal. Ja. Wie das so ist. Damit nicht stärker als eine Base-50-Attacke. Genau, und die können jetzt einfach gegen Roosten, verlieren dadurch ihren Typen. Hier hat Humanoid auf einmal dann Bock gehabt und trifft viermal. Der gönnt sich. Ja, und... Wir kommen sogar dazu nicht allzu viel. Ja. Ja, aber kein Geheimnis. Wir sterben jetzt. Ja, wahrscheinlich nervig. Wir haben nur langsame Mons, deswegen müssen wir mal zu Haido gehen, welches trotzdem langsamer ist. Und... Obwohl der Switch-Out halt mehr als obviers war, mussten wir hier auf Pro-Tech gehen, sonst verlieren wir hier an der Stelle schon. Und was auch wichtig zu sagen ist, dass die so confident in Jellicent geswitcht sind, äh, kann nur darauf hindeuten, dass die Colbo Berry spielen. Weil sonst würden die niemals einfach so in Apokalyb reingehen. Deswegen... ...hatten wir den Plan gehabt, so ein bisschen zu scouten, was sie vorhaben und gleichzeitig den Toxie runterchippen zu lassen. Ich war ganz ungeduldig und wollte immer angreifen und gefragt, sind sie jetzt in Range, sind sie jetzt in Range? Aber nein, mit Colbo Berry machen wir nur 50% mit Crunch. Deswegen müssen wir hier leider wieder rauswechseln. In unser... ...gutes Weaker Vault. Und die drücken... ...Tranish Step, das ist okay. So... Und... ...jetzt wollten wir nicht auf Donnerblitz gehen, weil... ...Seraora sonst da für... ...for free reinkommt. Genau. Und... ...Seraora kommt auch rein. Kriegt aber... ...viel zu viel Schaden. Ja. Also zum Glück. Haben wir gut prediktet. Und... ...wir haben geguckt, was sie so Specs für Attacken können und das ist... ...also für spezielle Attacken können und das ist recht überschaubar. Eigentlich trifft uns da nichts über ähm... ...nichts ähm... ...zu schlimm. Deswegen sind wir einfach drin geblieben. Hätten vielleicht nochmal hochheilen können, aber... ...ja. Passt schon. Jetzt kommt das blöde Vashagvil wieder rein. Ja. Ja, unser Vashagvil-Counter... ...ist kein Counter gewesen. Es hat verlorenes von Viborn. Und jetzt stehen wir ein bisschen blöd da gegen Vashagvil. Ähm... Ja, also... ...wir opfern unser Vicarvoid. Weil in der Hoffnung... ...wir dachten, vielleicht gehen sie auf Roost oder Burg ab. Und jetzt kommt wieder dasselbe Spiel mit Charpedo. Und wieder dasselbe Spiel mit Jellycent. Also... Auch da war es wieder obfüß, dass sie rauswechseln, aber... ...wenn wir nicht Schutzschild gedrückt hätten, wären wir einfach drauf gegangen. Das konnte man nicht riskieren. Und wir sehen den Gigatrain. Das ist auch interessant. Ja, Gigatrain macht leider zuviel Schaden, sonst wären wir drin geblieben. Hier sind wir sehr risky in Arcani gewechselt. Genau. Einfach aus dem Grund, man sieht es jetzt glaube ich sogar im Screen. Sie haben bis jetzt Willow, Strengthsweb und Gigatrain revealed. Und ähm... Dadurch, dass sie... ...ähm... ...hier... ...die ganze Zeit Gigatrain und Dings haben und nicht gescoldet, ...waren wir uns ziemlich sicher, dass sie auch kein Scold im Set haben. Deswegen sind wir da einfach mal cocky in Arcani gegangen. Bestes Wort. Genau. Und... ...durch den Switch Up wurde es auch nochmal bestätigt, dass sie keinen Scold besitzen. Ähm... Man weiß es nicht. Ja... So genau weiß ich es nicht. Spoiler, wir hatten keinen Aftermatch-Talk. So... Genau. Hier kommt wieder Potrot. Die Predicten ist recht gut. Und wir verlieren das Item und das ist glaube ich nicht gut. Aber... No. Hm. Ja, was jetzt für... Weil der... Ja, sag du. Der boxt uns jetzt leider in die Range für... Ähm... Waschak Wir. Auch wenn das immer nur 3% sind, die Knock-Off machen. Ja, das gleiche wollte ich auch sagen. Okay. Aber hey, wir können Potrot rausnehmen. Schwieriges Wort. Genau. Ja, da kommt es auch. Also tatsächlich nur knapp in der Range, ja. Also wir haben nachgeguckt. Das macht halt so 40-50% mit Brave Bird, weil wir ja Fulfistiv sind. Also... Hätten wir den Blackslash noch gehabt. Beziehungsweise nicht 5 Potrot-Knock-Offs gefressen, wären wir sogar noch außerhalb der Range gewesen. Und jetzt... Schon wieder die Situation, dass wir... Ach ne, diesmal gehen wir in... Unser Wallaby. Die Wegwerfwindel. Weil wir sind natürlich bestens vorbereitet und haben den Fullplay, der... Mehr macht, als sie sich heilen können. Deswegen wechseln sie auch raus. Und hier kriegen wir die Bestätigung. Es war Call bei Bearby. Genau, unser Wallaby funktioniert ja tatsächlich recht gut. Können auch den Thornt machen. Und können sich nicht mehr hochheilen. Und... Ja. Gigadrain scheint wohl die beste Attacke zu sein gegen uns. Wegwerfwindel. Bestes D-Pick. Bester D-Pick auf jeden Fall. Stimme ich nur zu. Ja, ich stimme nur zu. Ich stimme nur zu. Also Wallaby macht echt mehr Work, als man glaubt. Gewinnt jetzt hier gegen Apoquallum. Und... Sie gehen in ihr Mimikma. Wofür wir extra Arcani haben. Welches zum Glück noch fit ist. Allerdings ist es nicht zwingend das... Standard-Mimikyu. Ne. Es ist kurz. Und das hat sich jetzt natürlich eher weniger auf dem Schirm. Wir können uns aber... ...gegenheilen. Zumindest solange... ...die Attacken reichen. Aber wir kriegen jetzt mal 25%. Und... ...desto länger ich mir das angucke, weiß ich nicht warum wir nicht einfach rausgewechselt sind auf Wallaby. Ich weiß es auch nicht. Sub haben sie auch noch am Stand. Interessantes Set auf jeden Fall. Ne. Ja. Passiert nicht so viel, außer sonst wieder hochheilen. Es hat ein bisschen zäh zu kommentieren, aber... Ja, es passiert nicht so viel. Aber es hat gleich ein Ende. Es ist kein Star-elastiges Ding. Es ist ja... Genau. Ich glaube wir wechseln sogar hier noch einmal raus. Ja. Genau. In Wollaby. Hätten wir schon vor 100 Jahren machen können. Wir hatten halt Angst, dass der letzte Move Play-Waff ist. Allerdings ist es nicht Play-Waff, sondern... von Oelo-Wisp. Und das ist sehr problematisch. Weil wir so nicht mehr das... 1 gegen 1 gegen Vashagwil gewinnen. Und eigentlich... Achso jetzt sind wir durch den Arcani gegangen, damit Prairie nicht den Bedroher kriegt. Weil der ja Siegeswille hat. Genau. Ja. Tja. Und theoretisch kann Vashagwil das sogar noch gewinnen für die. Ja. Wir hatten... Und hier noch ganz wichtig. Wir hatten jetzt halt die Überlegung, was machen wir jetzt? Flamethrower macht nur ein paarunddreißig Prozent. Ähm. Wenn die jetzt die Brück-Ups aufsetzen, wird Chapello die auch nicht mehr töten können. Ähm. Und, äh, Wollaby ist durch die Verbrennung, äh, auch unter 50% Schaden gefallen mit Foul Play. Und deswegen hatten wir jetzt eigentlich mehr oder weniger nur zwei Optionen. Erste Option. Wir hoffen, dass wir, äh, mit Arcani, mit Flamethrower verbrennen. Und beziehungsweise Scorching Sands Roost predikten. Und dann verbrennen. Oder zweite Option. Wir gehen sofort in Tuhailo. Äh. Und versuchen dasselbe wie vorhin schon, äh, indem wir mit Protect hochstolen. Und, äh, äh, gehen dann auf den Ice Fang oder was auch immer, um Vashagwil zu töten. Ja, was wir dann gemacht haben, könnt ihr ja gerade sehen. Wir sind drin geblieben. Haben den Roost prediktet und Scorching Sands gedrückt. Und werden dafür belohnt. Kriegen gleich den Burn. Und das hat den Willen von ihnen, glaube ich, gebrochen. Sie haben dann gar nicht erst versucht, sich aufzusetzen mit Bulk-Ups oder so. Sind einfach gleich auf Brave Book gegangen. Und dann haben wir somit 3-0 gewonnen. Hätten das wirklich noch gewinnen können. Also, haben wir noch glücklich gewonnen. Fast schon. Ja. Naja. Damit ist die Liga auch schon wieder rum. Also die Liga-Phase. 13 Spieltage waren das. Krass, oder? Ja. Ja, also. Ich muss sagen, es gab so eine Phase, wo man vielleicht so ein bisschen die Motivation verloren hatte. Aber jetzt gegen Ende war sie wieder da. Und ich fand, die Liga hat trotzdem mega Spaß gemacht. Und sie ist ja noch nicht vorbei. Die Playoffs kommen ja jetzt noch. Genau. Und ausführliches Fazit-Video kriegt man natürlich von uns auch noch. Genau. Also, da müssen wir jetzt gar nicht so heftig drauf eingehen. Aber was ich noch sagen kann, ist, dass Trump und Angelatown ein richtig gutes Match geliefert haben. Mit einem kreativen Mimikyu-Set und einem Bravery, was jetzt vor mehr Problemen geschüttelt hat, als wir dachten. Und ich würde sagen, dass man sich nächste Season hoffentlich wieder sieht. Und, ähm. Weil die alle ja nicht in die Playoffs geschafft haben. Und wir dann jetzt gespannt sein können, ob wir erster oder zweiter oder was auch immer sind. Nach diesem Match. Genau. Das mit der Differenz haben wir leider nicht geschafft. Also, wir müssen ja zwei Differenzpunkte aufholen. Und wenn ein Hex-Refit mit einem Punkt Differenz gewinnt, sind sie immer noch vor uns. Also müssen wir quasi auf die Psycho-Delict-Psychos hoffen, dass sie Hex-Refit schlagen. Und das wird sich noch herausstellen, was da passiert ist. Genau. Ihr werdet es dann erfahren, sobald wir die Ergebnisse auch gehört haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video dann in den Playoffs. Ciao.